Hallo, hier ist der Martin von Mannimann, hier ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 9.1.2024 und am Montag war deutschlandweit, ja, haben die Bullen demonstriert für mehr Raketen, für mehr Aufstieg an den deutschen Leitbörsen, zumindest irgendwie so war es gewesen, dieses Foto hier abgelichtigt in Frankfurt, nein, ich hoffe ihr versteht den Spaß und seid gut durch die Einschränkung gekommen am Montag, kann man jetzt von halten, was man will, ach, ich lasse es wahrscheinlich einfach am besten kommentarlos, tippt euch in den Kommentaren aus, ob es euch das, wie ihr zu steht, aber, nee, ich sage da nicht so, ich sage da nicht so, das dauert sonst hier zu lange und führt auch völlig in die falsche Richtung, weil hier soll es nur was ganz anderes gehen, nicht um den DAX und was wir sehen wollten, was er jetzt gemacht hat. Erinnern wir uns zurück an gestern, da stand im Fokus ja insbesondere diese Zweideutigkeit, ja, zum einen dieser Tagesschart, der hier eben am Auftreten war, vom Band sich hochgestoßen hat, grün geschlossen hat, wieder am Channel dran geschlossen hat, noch den Channel quasi im Kontakt gehalten hat, was ja zum einen auf der Ebene auf Tagesebene positiv aussah, auf der Ebene allerdings eher gar nicht so positiv aussah, sondern eher schon fast ein bisschen negativ, weil er ja noch die Option hatte, sich nach unten jetzt hier wegzustoßen. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass es ein bisschen vom Timing wichtig ist, wann er wo reinkommt und hier müssen wir sagen, hat man gesagt, wenn er unter 600 geht, unter 5,65 irgendwie so in dem Drehrum, dass er dann leicht wieder auch bis 4,20, 400 fallen kann mit Zwischenstation auf der 500 und dass es eben wichtig ist, wie er nach dem C3 statt reinkommt, ob er da über die 6,50 kommt oder nicht und das ist ihm nicht gelungen. Und wir haben, glaube ich, ja hier so im Bereich um 6,20 rum, kurz nach halb 10, glaube ich, ein Update auch rumgeschickt im Premium-Tienz, wo wir auch gesagt haben, das ist zu wenig. Das macht ihn jetzt eingreifbar, weil er eben nicht aus diesem ersten Schub rausgekommen ist, dass er eben nochmal nach unten rutschen kann und durchaus bis zu 500 erstmal fallen kann, um dann später den Rest zu machen. Und dann ist er auch runtergefallen und wieder ein paar Pünktchen vorher gedreht. Das hat er jetzt die ganzen letzten Tage eigentlich immer gemacht, oben wie unten. Und er hat sich dann so gut wieder aufgerichtet, dass wir mal gesagt haben, na Vorsicht, 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 das ist technisch betrachtet eigentlich genau das, was wir in der Analyse, in der Mocken-Analyse ja sehen wollten, für oben nämlich dieses Hochdrücken und über die 6,50 auch rausschieben und dass das eben jetzt Platz macht bis 37, 700 und eben 8,20 und 800. Und das war die Mocken-Analyse, also mindestens auf beiden Seiten. Die untere Variante ist, man kann schon sagen, die ist angelaufen, aber sie wurde eben nicht verwandelt, sie wurde nicht ins Ziel getragen. Ja, und dann wurde hier zum Nachmittag die bullische Variante der Analyse getriggert. Die hat es dann besser gemacht, hat ein besseres Bild abgegeben und hier jetzt gut hochgezogen. Wenn wir jetzt hier mal einfach mal ein Fibu dranlegen, das mache ich bloß mal für mich, um mal kurz zu gucken, wo wir denn so in dem Bereich stehen, weil irgendwie juckt mein Auge so, was das so in 1,60er angeht, da sind wir sogar schon einen Tacken drüber. Wir sind jetzt allerdings auch in einem Bereich, von dem zum Dienstag hier Gegenwind erwartet werden kann. Es gab jetzt auch noch mal die Frage, wegen Turnaround Tuesday auch schon, habe ich hier schon per WhatsApp gekriegt, auch im Chat hatte jemand geschrieben, Turnaround Tuesday, nein, ist immer, also wenn der Mark vorher gefallen ist und wird von Turnaround Tuesday gesprochen, dann bin ich immer Feuer und Flamme und sage, ja, 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 auf jeden Fall ganz genau hingucken, das kann gut klappen. Wenn der Mark vorher stark war, haben wir es auch schon oft gesehen, dass gar kein Turnaround kam und der Mark einfach zum Dienstag völlig weiter eskaliert ist. Und da sollte man einfach auch mal drüber sprechen, was könnte jetzt passieren, wenn der Mark weiter eskaliert, wenn er vielleicht auch einen Aufwärtsgap bringt, was er offen lässt, vielleicht über 8,20 steigt, kein Gap-Close macht, Stunde für Stunde keinen Gap-Close macht, dann kann er sich bis zur oberen Channel-Kante fortpflanzen. Die ist jetzt schon im Bereich um 16,940. Ja, 16,940, 16,945, dort liegt jetzt die obere Channel-Kante, sollte die direkt anlaufen, würde ich nicht auf der 9,40 mit einer Reaktion erwarten, sondern schon davon ausgehen, dass der Markt mal kurz drüber sticht. Das kann sogar ein neues, höheres Hoch geben als die 9,60. Allerdings würde ich von dort einen deutlicheren Rücklauf erwarten, dass er von dort nochmal zurücksetzt. Und ansonsten wäre er natürlich oben raus völlig, wenn er direkt durcheskaliert, wäre er oben völlig frei und völlig offen. Aber wir haben hier unten einen Fehlausbruch gesehen. Unser DAX ist da, was das angeht, so ein bisschen so ein kleiner Korinthen-Kacker. Ja, das sind immer ganz genau, wenn er einen Fehlausbruch gemacht hat, dann muss er immer oben seinen Fehlausbruch auch nochmal machen. Das sieht man wirklich sehr oft. Wie gesagt, das sind alles Regelmäßigkeiten, die ich beschreibe, die wir oft sehen, die uns helfen sollen, uns ein bisschen darauf einzustellen, was kommt. Natürlich habe ich keine Glaskugel und natürlich ist das keine Zukunftsprognose. Es gibt auch keine Garantie, dass er es genau so macht. Aber in der Vergangenheit hat er es eben oft so gemacht. Und deswegen fahren wir immer ganz gut, wenn wir sowas einfach auch einplanen und damit rechnen. Das heißt, würde er sich zum Dienstag mit einem Aufwärtsgap über 8.20 hochdrücken und hier hochziehen, würde ich davon ausgehen, dass wir aus dem Bereich einen deutlichen Rücksetzer kriegen. Entschuldigung, der dann auch bis 16.900 nochmal zurückgehen kann. Ja, also wenn es den wirklich schafft, von 8.20 über die 17.000 zu drücken oder zumindest über das Hoch hier zu schieben, kann es gut sein, dass er dann trotzdem bei der 9.100 rausgeht und so einen kleinen Turnaround spielt. Ja, so kleine Rücksetzer in die Bewegung, das sieht man sehr häufig, wo dann alle sich schon freuen, jetzt kommt der Turnaround, jetzt kommt der Turnaround. Dann kommt aber gar keiner, sondern dann geht es am Abend dann doch wieder in die andere Richtung. Das würde ich so vielleicht erwarten wollen. Will er es anders machen, könnte er sich direkt von 800, das ist ja eine oft abverkaufte Marke, von 800, 8.20 einfach zurückwerfen lassen. Ich glaube aber, dass er, wie gesagt, das nicht als Turnaround ausspielt, sondern wenn er das so macht, wenn er sich direkt nach unten fallen lässt, und auf eine 6.50 zurücksetzt, dass er von dort wieder auftritt. Ja, also ich würde mir vorstellen, dass das dann als Turnaround zu werten wäre, aber das ist passend auf den Dienstag, würde die halt gut ins Bild passen. Ja, wenn der Markt jetzt schwächer reinkommt, dass er auf die 6.50 zurückfällt, sich dort stabilisiert, wieder auftritt und dann wieder hochkommt, wieder hochschließt. Wenn er es direkt macht, mit direkt abfallen, könnte dann vielleicht ein Tagesschluss um 800, 8.20 rauskommen. Dann hätte er wieder ein Stückchen mehr auf der Uhr, wieder ein bisschen weiter Richtung obere Channelkante reingearbeitet und das würde fast besser reinpassen. Das würde mir eigentlich am besten in den Kram reinpassen. Ja, also ein kurzer Slide zurück, Richtung 6.50, stabilisieren, aufdrehen, Tagesschluss Richtung 800, 8.20 drücken. Das sind so, das wären meine Szenarien, die ich im Kopf habe. Ja, geht da auf die obere Channelkante, rechne ich eigentlich damit, dass wir einen Fehlausbruch kriegen, wenn er es direkt macht, also wenn ihr seht, der kommt nach 20 rein, der drückt direkt frontal voll auf die Schnauze und der will da einfach Stress machen, dann gebt ihm den Raum, gebt ihm den Raum, oben auszubrechen, auch hier ein bisschen drüber zu gucken und dann guckt man hier oben genau auf Umkehrsignale, nicht gegen grüne Kerzen, gegen Shorten, das auf keinen Fall, das ist nie ratsam, aber wenn er dann anfängt, Umkehrsignale zu bringen, dann kann man ja mit engen Stopp einfach mal kurz was probieren. Einmal, vielleicht zweimal maximal probieren, aber auf keinen Fall dann anfangen, dass man da wirklich dann, ich sag mal jetzt im übertriebenen Sinne, jede rote M1 irgendwie shortet und der steigt dann immer weiter und weiter und weiter und dann steht man bei 17.120 und hat 100 mal Short reingeklopft. Das ist damit nicht gemeint, ja. Und dass man wirklich probiert, wenn ein Umkehrsignal kommt, das anzutraden und dann belässt man es aber dabei, auch wenn es nicht geklappt hat halt, ne. Also nicht dann irgendwie verharren, weil wenn er wirklich richtig auf die Kacke hauen will und richtig eskalieren will, Platz nach oben haben wir ja noch, ne. Da gibt es noch 17.200, da gibt es 17.1.20, das sind alles Marken, die da oben angelaufen werden können, wenn der Abwärtstrend oder wenn die Flacke, als dass man SR-Stand jetzt noch werten muss, nach oben gebrochen wird. Okay, kapisco, verstanden. Ja, also, ich denke, wir werden es am Start sehen. Drückt er sich in die Tiefe, rechne ich eher mit einem Bogen über die 6.50, schiebt es mit Krawall oben raus. Dann würde mich auch nicht wundern, wenn wir da oben mal auf einen Channel-Kontakt ausgehen, mit inklusive Fehlausbruch. Ja, das ist meine Erwartungshaltung. Und, ja, gucken wir mal, gucken wir mal, wo der Kollege hier morgen hin wird. Also, ich wünsche euch Spaß, gutes Klingen, viel Erfolg, wir sehen uns morgen wieder, bis dann, tschüss.